Herzlich Willkommen zu einem neuen Overwatch Video nach längerer Zeit. Es ist nämlich endlich soweit, Doomfist ist online, zumindest auf dem PTR, da kann man den guten jetzt schon mal antesten. Somit ist jetzt auch endlich klar, dass das offiziell der neue Hero ist in Overwatch. Fangen wir mal mit den Abilities, also den Fähigkeiten des guten an. Da haben wir zum einen mit dem Linksklick die ganz normale Handkanone. Das ist eine Schusswaffe mit sehr großer Streuung und sehr geringe Reichweite. Lädt dafür aber automatisch nach und schießt sehr schnell. Man hat dann, das werdet ihr nachher auch noch sehen, auf dem Bildschirm so kleine Punkte, die zeigen wie der Ladestatus gerade ist. Dann den Meteoschlag als Ulti. Steigt mit Kuniluft, bewege den Zielkreis, dann drücke linke Maustaste, um an der markierten Stelle aufzuschlagen. Heißt, man fliegt kurz hoch, sucht sich dann ein Gebiet möglichst vielen Gegnern aus, schlägt dann da ein und macht massiven Schaden. Mit dem E haben wir den Seismischen Schlag, macht einen Satz vorwärts und schlägt mit der Faust auf den Boden. Ja, das ist selbsterklärend. Man springt kurz ein Stück nach vorne, haut dann da auf den Boden und ich glaube die Gegner, die man trifft, werden auch kurz gestunnt. Dann mit dem linken Umschalt haben wir den Uppercut. Er versetzt einem Gegner einen Aufwärtshaken, der ihn in die Luft schleudert. Mit dem Uppercut kann man nicht nur Schaden machen, sondern auch selber dadurch dann in die Luft kurz springen, das ist relativ interessant. Da kann man zum Beispiel mit dem Seismischen Schlag das ganz schön kombinieren. Dann rechts klickt der Dampfhammer, gedrückt halten, zum Aufladen, loslassen, um auf einen Gegner zuzustürmen und ihn zurückzustoßen. Der Schaden ist erhöht, wenn der Gegner gegen eine Wand prallt. Das macht sehr viel Spaß. Da kann ich aus Erfahrung sagen, dass das wirklich ganz gut abgeht. Man stürmt dann halt quasi wie so einen kleinen Dampfwalzer nach vorne und alles was im Weg ist, wird da einfach fies irgendwo gegen gehauen, sofern was dahinter ist. Das macht auch echt gut Schaden, damit kann man gut abräumen. Offensive Verteidigung als Passiv Fähigkeit verursachter Fähigkeitsschaden erzeug kurzzeitig einen persönlichen Schild. Das ist halt, weil er Melee ist und gut auf die Mütze bekommt, aber schauen wir uns das Ganze erstmal ein bisschen genauer an. Hier kann man sehen, wie ich in die Gegner mit dem Rechtsklick reinwalze, aber dann mit dem Uppercut und dem seismischen Schlag noch gut entkomme, nur mit ein bisschen Leben. Das ist auf jeden Fall was, da kann man sich immer mal ganz gut noch mit retten. Generell sind die Fähigkeiten von Doomfist auch gut, um sich mal aus dem Staub zu machen und das Gameplay an sich erinnert sehr stark an Genji. Wird also nicht unbedingt mein Held, macht aber trotzdem tierisch viel Bock. Also man muss trotzdem genau ziehen, vor Jahren kann auch mal blöd daneben gehen und dann steht man mitten in den Gegner drin und guckt dann erstmal dumm aus der Wäsche. Wenn man da nicht schnell genug reagiert oder Heal hat oder sonst was, ist man da auch mal ganz schnell tot. Denn der gute Doomfist hat auch nicht so sonderlich viel Leben mit 250. Er bewegt sich da so auf einem Level mit, ja Tracer glaube ich noch ein bisschen weniger, aber mit den ganzen kleinen flinken starken Heroes. Und bei ihm ist halt auch das Ding, dass er kein Schild hat. Er hat zwar die Schilde, die er mit Schaden dann auflädt, aber jetzt auch nicht so extrem stark. Und naja im Vergleich zu so einem Senjata, der wenn er fast tot ist sein Schild einfach wieder auflädt, muss man sich mit Doomfist halt Heilung suchen. Das ist dann halt leider so. Trotzdem macht der Gute auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ich hoffe ihr könnt hier von dem Gameplay vom Test-Server ein bisschen was mitnehmen, euch das ganz mal ein bisschen anschauen. Und ich bin mir sicher, wenn der gute Live kommt, wird er wieder frischen Wind in Overwatch springen. Und vielleicht löst er ja den Hand so ab. Mal schauen. Es sind ja noch keine Skins zu ihm veröffentlicht, man kann nur den Standard-Skin angucken und auswählen. So sieht das Ganze dann aus. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich freue mich auf Doomfist und vielleicht kommt dann wieder ein bisschen mehr Overwatch, wenn ich dann auch die Zeit dazu hab. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ich freue mich auf die Tür. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.